Hallöchen Leute, hier ist Sorge Sakti. Ja, ich bin da und ja, ich wollte euch noch informieren, dass ich versuche, nächste Woche ab 28. Dezember versuche ich, dass Montag, Dienstag und Mittwoch, das kommt auch followt via Folgen raus. Also die ganze Woche wird kommen Doppelfolge, also theoretisch alles bleibt gleich, nur werde nach Borderlands um 20 Uhr versuche ich noch Borderlands 4 zu, werde rauskommen. Es ist mehr, wenn mache ich mehr Videos, mehr ist so Eindruck, gefällt euch. Ja und deswegen habe ich mir gedacht, meine Kollegen haben mir gesagt, du machst nicht so viele Videos, und dann habe ich mir gedacht, hm, wo kann ich mehr Videos reinkommen, das habe ich ja überall Montag, Dienstag, Mittwoch nach Borderlands. Dann versuche ich, wie das würde gefallen und ja, das war es für mich und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020